Mein Name ist Roland Frey, ich bin 58-jährig und arbeite seit dreieinhalb Jahren bei Paul Forr im VRK-Team. Zu meinen Hauptaufgaben gehören telefonische Beratungen in der breiten Produktenpalette von Hydraulik- und Antriebstechnik. Dazu gehören auch E-Mail-Anfragen für Offerten und Bestellungen. Mir macht es besonders Spass, dass es nicht jeden Tag planbar ist. Wichtiger ist, dass man einen kühlen Kopf bewahren kann, wenn die Telefon heiss läuft im VRK-Team. In meiner Freizeit bin ich im Frühling und im Sommer gerne mit dem E-Bike in der Natur unterwegs. Im Winter schätze ich auch gerne Skifahren in den Bergen.